Wir sind in die Führung gegangen, sind gleich Minja und Inga. Letzter Aufgabenteil für euch ist das beliebige Tempo Tölt. Allein, du bleibst allein, 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 wenn was du an der Stelle. Für den Gleichstadt für den 5-Gang-Preis halten Sie sich bitte bereit, Vanessa Goldisch, Tom, Zaya, Stendl, Beke, Köpke und Lara Ostertag. Danke schön, das waren Janina Koske, Jana Scherenberger, Hanna Damusch, Inga Trottenberg und Linja Dortmund. Bitte durchparieren und Aufstellung nehmen zur Siegerehrung. Willkommen.